Guck mal, eine Nacht mit Roland Koch. Ja, nicht mehr wichsen und so, ne? Du meinst mit dem Katergesicht. Eine Nacht mit Roland Koch? Hörst du? Schlafst du? Autostopp. Du darfst dich bitten. Gut. Wie geht's weiter mit Roland Koch? Eine Nacht mit Roland Koch. Wenn du mir sowas besorgen kannst, ganz ehrlich, ich kann das dick verscherbeln, weil jeder Student hat eben so viel Geld dafür ausgeben, damit du nur eine Nacht die Fresse vollhauen kannst. Ja. Wer? Der Roland Koch. Deswegen darf ich ja.